Ein recht herzliches Willkommen zurück bei South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, es ist Nacht geworden und jetzt müssen wir nicht mehr spielen, jetzt müssen wir nach Hause gehen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Gehen wir nach Hause. Es ist late, Han. Deine Eltern werden sich schockiert. Ja, du hast recht. Ich gehe ja schon. Guck mal, ob Cartman schon in seinem Bettchen ist. Okay. Hä? Hä? Die waren im... Die waren... Die waren... Ähm... Hä? Warum waren die im Elternschlafzimmer? Äh, im Badezimmer von Eric Cartman? Das verstehe ich nicht. Das ist zwei neue Freunde. So. Kann ich rausgehen? Die hab ich eingeschlossen. Das ist unglaublich. Dann schlafen wir halt eben. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Und dann schlafen wir das zu. Nein, außerirdische. Oh, I'm having a dream again, okay, this is dreaming. What's happening? Oh, Jesus, Jesus Christ, oh, can we try the big silver one again? Oh, 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 oh. Ach, ich fand er. Alter. Ich bin so eine mega... Alter. Ist das deine erste Mal, dass du probiert hast? Ja, das ist ein Schmerz, aber... Das ist das, was du mit in einer remotes kleinen Stadt leben möchtest. Zumindest müssen wir nicht mit dem Trafikum. Hey, du hast frei. Junge, du hast eine unglaubliche Kontrolle über deinen Scheiß. Mach mich auch los! Jawohl! Ah, okay. Wie kommt die jetzt raus? Anianzonder. Super. Zermatsch da auch, okay. Uuuuuh. Okay. Jetzt ist der Aros auf einem Alien-Schiff. Gernot. Bitte? Ja? Ja, das ist der Aros. Ja, das ist der Aros. Ich bin so schade und alleine. Ich muss einen Weg nach diesem Schiff finden. Oh Gott, sie kommen. Warum stand ich hier und ein Audio-Lock machen? Ich habe nicht Zeit für das. Lass mich alleine! Alter, was ist das für Aliens? Perverse Aliens, ey. Guck mal, was das sein soll. Guck mal, was das sein soll. Ah, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Buh! Buh! Ahn... Buh! 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 Ich brauche mal ganz kurz meine Gesundheit schränkt, ja? Boah, wie... boah ey... Sie ist stark... Mu-mu-mu-mu... Mu-mu-mu-mu... Buh... Buh... Die Stark! Gotti, wo klappt das? Mo 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 Mo! Mo 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 Mo! Warte mal, kann ich dir was machen? Oh, hey, da bist du! Oh, ja, das ist der Lambda Containment Block! Das Elevator neben dir! Die Probe und deine Scheiße mit dem Interface! Ah! Great, du bist in! Du schaust für eine Sicherheitskonsole! Es sollte einer vor dir in Probe-Maintenanz sein, und einer vor dir in der Atmosphäre-Prozessor sein! Ja, ich weiß das alles! Ich kann mich nicht erinnern, welcher du willst, aber es ist schon lange, seit ich das gemacht habe! Ach! Schön, dass er schon mal was gemacht hat! Alienanzug! So, willst du das mal ein bisschen aus? Wir haben nämlich keinen Bock hier! Alienanzug! Ah! Deine Schilder! Ändern! Moment! Anlegen! Wir können was da! Ach, wir können noch was da! Ah! Ich verstehe! Moment! Was kann ich denn noch machen? Okay, das habe ich jetzt ausgerüstet, ne? Ja, das habe ich jetzt ausgerüstet, das ist gut! So, was ist das mit... Alienhelm... Haltelfenmütze... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah Moment Moment Day 2 So hungry I've searched for food but the only thing I've found are other people annoying useless audio logs Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last I must keep looking for a way to survive Okay Wie komme ich hier weiter? Ich weiß nicht was ich machen muss Was machen die da für komische Sachen? Was muss ich machen? Mann Oh 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 Was Oh 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 Ich weiß es nicht. Ah! Das ist immer cool. Aber da komme ich nicht weiter, ne? So. Ah, was muss ich denn machen? Ah, ok. Das bringt das jetzt nichts, ne? Wovon bringt das mir gar nichts. Moment. 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 Ah. So. Hallo. Autsch. Moo moo. Moo. Autsch. Boo. Warte, ich probiere mal die Strahlenwaffe aus. Boo. Ernsthaft? Ernsthaft. Attempt. Moo. Moo. Boo. 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 Was mach ich denn jetzt? Äh. Er war klein. Er ist ja so. Er ist ja so. Er ist ja so. Er ist ja so. Muuu! 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 Aha, sie sind aus der Deckung rausgegangen, okay. Gesundheitstanz groß. Muuu muuu muuuu! Muuu! Kann ich da nicht einsetzen, auch Mana Tank. Manaaa, jawoll! Uuuu, jawoll! Ja, hat ja sowas so geholfen. BUUU Au Ah, meiner Zahn, klein. Nee, ich kann nichts machen. Verdammt. Halt die rechte Maus, was ist das der für? Okay. MUMUMUMUMU Au, hat funktioniert. Ich wusste eigentlich, dass das funktioniert hat. Na komm. Geht doch. Oh Gott. Oh Gott, ich habe einen Hitsch. Oh Gott, ich habe einen Hitsch. Oh Gott, ich habe einen Hitsch. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Oh. 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 Ja, richtig ab, Wendy. Hä? Hä? Das ging jetzt kaputt? Okay, ich kann nichts machen. Oh Gott. Wie ist denn hier? Missed. Ich hab ihn zerlegt Muu 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 Ja 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 umdau Muu Du bist jetzt sowieso dran. Was ist das für eine Sprache? Das ist kühisch. Also so sprechen küh, soweit ich weiß. Keep going, I think you're on to something. I knew I could trust you. Keep it up. I'm still stuck. Better try the other console. Okay. Why? Why? No! Go find another way! Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet. And she told me the code was 776. That was kinda cool, because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up, I didn't really need. Okay, so, let's go down. Is that for the desk here? Ah! Das ist schön. Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Dann wollen wir mal. Ich komme nicht da rein. Was ich denn da nicht reinkomme? Was ich denn da nicht reinkomme? Mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht machen. Da komm ich nicht durch. Scheiße. Moment. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ah? was soll ich denn machen gut ich würde sagen ich gucke mich immer ein bisschen hier oben und gucken was ich in der nächsten Folge machen muss bleibt mir gewogen und bis morgen